Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den Philips Hue Lightstrip anbringen und somit natürlich auch das LED-Band richtig an einen Fernseher bzw. an den Smart-TV installieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier mal einen relativ neuen 75 Zoll Smart-TV von Samsung, dazu möchte ich jetzt natürlich auch das passende Ambilight, was übrigens auch für diese 75 Zoll geeignet ist, richtig anbringen. Hierfür müssen wir zuerst einmal die Rückseite von unserem Fernseher und vor allem auch die Stellen, wo später einfach die entsprechenden Halterungen hinkommen, ordentlich staub und vor allem auch fettfrei machen, dass natürlich die Halterungen auch ordentlich halten und nicht nach zwei Wochen wieder runterkommen. Ich mache das am liebsten immer mit Isopropanol und ganz einfachem Küchenpapier. Im nächsten Schritt können wir auch schon mal unsere fünf Halterungen am Fernseher richtig herum anbringen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass die Pfeile natürlich zur Fernseheraußenseite schauen sollten und für das beste Erlebnis sollen wir laut Philips circa fünf Zentimeter bis zehn Zentimeter Abstand zu unserer Fernseheraußenkante lassen. Dasselbe Spiel machen wir natürlich nach außen hin auch und bei den unteren zwei Halterungen müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass wir nicht ein Barcode vom Fernseher verdecken. Bedeutet, wenn da zum Beispiel einer außen wäre, müssen wir natürlich die Halterung etwas weiter nach innen schieben. Bei mir ist es aber nicht der Fall, weswegen ich das Ganze mal außen lassen kann und diese fünf Zentimeter könnte ich mir jetzt entweder mit einem einfachen Bleistift einmal hier markieren oder ich verwende einfach zum Beispiel so ein relativ schwaches Kreppmann. Das ist genau fünf Zentimeter breit, was ich mir auch gleich auf der Rückseite von meinem Fernseher schön bündig zur Fernseheraußenkante anbringen werde. Für die mittlere Halterung benötigen wir natürlich auch noch die genaue Mitte von unserem Fernseher. Bedeutet, ich lege einfach mal einen Meterstab hier oben drauf und markiere mir das Ganze danach auf meinem Kreppband. Alles ist vorbereitet, deswegen ich auch schon mal die Trägerfolie von der Halterung entfernen kann. Und zuerst einmal die oberen drei richtig anbringen und danach natürlich auch noch ordentlich festdrücke. Die unteren zwei Halterungen lasse ich erstmal noch weg, da ich einfach nicht weiß, wie weit der Lightstrip ganz genau runter geht. Und jetzt können wir aber auch schon das Band einmal richtig einbringen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass diese zwei Pfeile wirklich nach oben zeigen, so dass unser Netzkabel am Ende auch auf der rechten Seite ist. Hierfür drücke ich den Lightstrip erstmal in der Mitte, in der Halterung oben relativ gut rein und muss natürlich beim Fernseher auch etwas dagegen halten. Und danach kann ich dasselbe Spiel auch schon bei meinen beiden Eckhalterungen einmal richtig machen. Da ich nun weiß, wie weit das Band nach unten geht, kann ich natürlich auch meine beiden Halterungen hier einmal noch schön an den Fernseher heranbringen und danach das Ganze wieder ganz einfach einklipsen. Auf der anderen Seite müssen wir dasselbe Spiel natürlich auch machen. Erst wieder unsere Halterung richtig an den Fernseher anbringen und auch da das Licht einklipsen. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich natürlich auch das Gräppband mal wieder entfernen kann. Und wenn auch das passt, können wir natürlich unser Netzteil auch mal noch dementsprechend am Fernseher anbringen. Hierfür auch wieder diese Trägerfolie entfernen, dann können wir hier auch so einen kleinen Pfeil erkennen. Der muss natürlich hier außen auch übereinstimmen und danach einfach nicht zu straf, aber natürlich auch nicht zu locker an unserem Fernseher einmal gerade anbringen. Zum Schluss das andere Bauteil von unserem Netzteil einmal noch richtig anstecken und dann können wir natürlich auch den Fernseher schon wieder an die gewünschte Stelle geben und das Ganze richtig einrichten. Doch hierfür sind auf jeden Fall spezielle Videos an dieser Stelle sinnvoller, da es bei neuen Fernsehern die Möglichkeit gibt, das Ganze mit einer App einzurichten oder wir benötigen auch eine spezielle Syncbox. Wenn du dir für zu Hause den Hue Lightstrip in den verschiedensten Längen oder natürlich auch die Syncbox zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.